Da du jetzt auf Twitch Watchparty gibst, die Watchparty gibt, könntest du dir mal vorstellen mit deinen Zuschauern einen Film zusammen zu gucken oder eine Folge von einer Serie bzw. eine Doku. Ist mir natürlich nicht entgangen, Digga. Guck mal, das Ding ist, also für die Leute, die es nicht verstehen oder die nicht wissen, was los ist, ich kenne dir jetzt offiziell über Amazon bzw. Amazon Prime, ne wie heißt das? Doch, über Amazon Prime Serien gucken, zusammen mit euch. Amazon Video, Prime Video ist doch scheißegal. Also, man kann Serien gucken? Also, bei wem gilt das alles? Also, könnte ich das auch machen oder geht das jetzt gerade nur bei ihm, weil er einen exklusiven Vertrag hat? Könnt ihr jetzt? Also, ich will das gar nicht. Ich glaube nur Partner belassen. Stimmt, ich bin ja noch nicht mal Partner. Stimmt. Wie komisch auf die Idee, sowas zu sagen, ich bin ja noch nicht mal Partner. Mit euch zusammen von heute bis in drei Wochen komplett Breaking Bad durchgucken. Beispielsweise. Das einzige Problem, was ich dort sehe, nein, Breaking Bad gibt es nicht. Gab es Breaking Bad nicht früher bei Amazon auch? Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Wir könnten keine Ahnung was gucken. Alle Serien, die bei Amazon sind, könnten wir zusammen gucken. Das einzige Problem, was ich dahinter sehe ist, oder nicht ein Problem, aber das ist nur für Leute, die Amazon Prime haben. Cashmash mäßig würden natürlich viele Subs reinkommen. Ich sag euch ganz ehrlich, ich respektiere jeden, der das macht. Wirklich. Ich respektiere jeden, der das macht. Jeder kann das machen. Aber es ist mir fern, Leute auszuschließen aus meinem Stream, weil sie die und die und die Voraussetzungen nicht erfüllen, was den Zuschauerfaktor angeht. Das fühle ich irgendwie nicht, Digga. Ich schließe in Anführungszeichen schon Leute aus, indem ich bei mir dauerhaft Subscriber-Modus drin habe. Nichtsdestotrotz können die Leute meinen Stream immer kostenfrei sehen. Egal, ob sie überhaupt einen Account haben, mit Adblock, ohne... Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich fühle irgendwie Serien gucken nicht ganz so krass. Also ich bin ja jetzt auch nicht der größte Fan. Also jetzt nach so Spongebob oder sowas, kann man sich auf jeden Fall geben. Das ist eine geile Sache. Aber jetzt so Amazon-Serien oder sowas, wo wirklich auch so eine Folge 30, 40 Minuten geht, bin ich nicht so gehypt drauf. Keine Ahnung. Da lieber gucke ich mir mal eine Dokumentation an. Über ein geiles Thema bin ich eh am Start. Jeder kann Mindstream schauen, insofern er natürlich einen Mobilfunkvertrag hat mit Internet oder Internet zu Hause. Ein geiles Extra, es ist so, Serien mit meiner Community zu gucken, finde ich cool. Sehr cool. Aber Serien mit meiner Community zu gucken, bedeutet für mich nicht, einen Teil meiner Community auszuschließen. Und ich finde auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber bei Serien gucken, also du willst ja Content bieten, du willst ja Unterhaltung bieten. So, du guckst dir eine Serie an, ne, du guckst dir die Serie an und bei einer Serie habe ich keinen Bock, die ganze Zeit immer zu sprechen und das zu kommentieren, sondern das will ich mir doch genießen, will ich mir doch einfach geben. Einfach nur gucken. So, und das macht aber keinen Spaß zu streamen. Du weißt, Leute gucken dir zu und du kannst aber nicht weiter unterhalten, weil du nichts zu sagen hast oder sehr. Ja, keine Ahnung, da bin ich nicht so der Fan von. Die kein Amazon Prime haben, weil sie es sich eventuell nicht leisten können, etc., etc. Natürlich könnte man auch einen Gratis-Account machen, damit ihr dann einen Monat lang zugucken könntet, aber irgendwie fühle ich es einfach nicht, Diggi. Die wollen ja auch was davon haben, leider, respektiere ich zu 100%, keine Frage. Aber ein Stream anzumachen und eine gewisse Anzahl von Leuten systematisch auszuschließen und die einzige Voraussetzung ist, dass sie sich einen Account machen und einen Probemonat machen, das war genauso wie früher die Exklusiv-Streams, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ich glaube nicht, damals, die damalige Sache, Exklusiv-Streams nur für Subscriber. Da konntest du deinen Stream anmachen und nur Leute, die nicht subscribed haben, konnten dein Content schauen. Das fand ich auch nicht gut, Diggi. Vielleicht ändert sich da mal... Finde ich auch nicht so gut. Populette ist nice, dass du am Start bist. Finde ich auch nicht so gut, dass man dafür bezahlen muss, weil schließlich will man ja auch kostenlos auch manche Sachen angucken und nicht immer für jeden Scheiß bezahlen. Ich kann es aber verstehen, dass Amazon das so macht, dass sie das so handhaben, dass man Amazon Prime abonnieren muss, damit man den schauen kann, wie er sich gerade in eine Serie reinzieht. Finde ich, ist an sich ein sehr gutes Konzept und gut überdacht, auch von Amazon natürlich. Dementsprechend verstehe ich schon. Ich verstehe auch, dass es einige wahrscheinlich nutzen werden. Ich bin aber da einfach auch nicht der Serienfan dafür. Also bei mir werdet ihr eher so Content sehen, der so auf YouTube am Start ist. Meine Meinung dazu noch? Ja, wie viel Prozent sind bei den Prime Subs? Sehr viele, Digga. 80 Prozent. Aber wie gesagt, Digi, eventuell kann man es außerhalb des Streams machen, aber auch so. Ich streame dienstags, freitags und sonntags immer um circa 19 Uhr. Wenn ich jetzt noch einen Stream außerhalb dieses Zeitplans mache, sagen wir mal jetzt Donnerstag um 20 Uhr gucken wir zusammen Serie, das wäre vielleicht noch ein Argument. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist jetzt nur so, ich denke laut. Aber es ändert eigentlich nichts an der Tatsache, dass ich den Stream anmache und gewisse Leute ausschließe. Und möchte ich jemanden bei mir im Stream ausschließen, dass er nichts sehen kann, solange er die und die Voraussetzungen hat? Nein. Möchte ich nicht. Jeder Content von mir. TikTok. Bei jedem Digi und Digga an kurzen. Leute, wer spielt alles mit bei jedem Digi und Digga an kurzen? Instagram, Twitter, YouTube und auch Twitch ist für jeden Mann, egal ob ich den mag, ob der mich mal beleidigt hat, whatever. Jeder kann das gucken, kostenfrei. Und deswegen fühle ich das irgendwie nicht so. Die ohne Prime sehen nur deine Cam, ja. Wie gesagt, jeder kann das so machen, wie er möchte. Ich finde es in der Kernsache eine coole Funktion, aber am Ende schließe ich Zuschauer von meinem Content aus. Und das ist irgendwie genau das Gegenteil von dem, was ich mache. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich glaube schon. Es ist irgendwie genau das Gegenteil von dem, was ich mache, Digga. Dass es nice ist, zusammen Serien gucken zu können. Yes, Sir. Da sehe ich mich auch drinnen. Aber wenn ich mit allen zusammen Serie gucken möchte, dann möchte ich auch, dass alle dabei sind. Und nicht nur Leute, die Amazon Prime haben. Keine Ahnung. Ja, das kann gut sein, Robin, dass immer mehr Payroll auf Twitch ist. Natürlich, mein Mund ist verschlossen. Ich darf nicht sagen, aber angenommen, es gibt Leute dort draußen, die einen Festvertrag bei Twitch haben und denen es egal ist, wie viele Subscriber sie haben. Weil am Ende des Monats landet so oder so, Summe X bei dem auf dem Konto. Egal, ob er 50.000 Subs hat oder 10.000 Subs. Das könnte natürlich für so eine Person auch noch in die Karten spielen. Und marketingtechnisch ist es bestimmt was super Gutes, dass man so etwas macht, weil die Leute dann einschalten und da sehen, man ist live und wollen zugucken. Und sie haben kein Amazon Prime. Damit animiert man die Leute natürlich, dass endlich mal zu... Extrem. Also das ist, dass Amazon da noch nicht früher drauf gekommen ist, ist komisch. Aber jetzt, wo man die Idee eigentlich so hat, ist ja eigentlich... Das hat ja... Also das bringt ja Amazon extrem weit. So, das bringt nochmal so viel Geld rein. Das ist schon Wahnsinn. Also das ist schon auf jeden Fall geisteskrank. Und du hast noch 10.000 Amazon Prime Subs mehr. Ja, und auch im Grunde mehr auf deinem Konto. Aber wenn so oder so am Ende des Monats das auf deinem Konto landet, was vorhin vielleicht, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, ausgemacht worden ist, dann hat man es auch nicht mehr nötig, Leute dazu zu verpflichten, irgendwas abzuschließen. Also, man muss sich das mal vorstellen. Ich finde es schon irgendwie... Man muss sich das mal vorstellen. Leute bezahlen vielleicht seit 5 Jahren oder seit 3 Jahren oder seit 2 Jahren jeden Monat 6 Euro, um Subscriber bei mir zu sein. Kommen dann in meinen Chat, wollen mit mir zusammen eine Serie gucken und können diese Serie nicht schauen, weil sie kein Amazon Prime haben. 5 oder 6 Euro, was weiß ich. Ja, aber wer sowieso subbt, kann sich ja auch Prime holen, wo du einen Sub monatlich frei hast. Ja, aber meines Wissens nach musst du, um Twitch Prime, äh, Amazon Prime zu haben, eine Kreditkarte haben, äh, etc., etc. Ja, da werden dann sozusagen die ganzen jungen Leute, sag ich mal, also das würde halt heißen, die ganzen jungen Leute, die sich keine Kreditkarte, oder die keine Kreditkarte haben, ähm, könnten kein Monte schauen. So, das hat natürlich schon, also das ist natürlich schon sehr, sehr belastend und dementsprechend kann ich natürlich auch Monte verstehen. Ich würde es auch nicht nice finden. So, und ich würde es auch nicht machen mit diesem Amazon Prime Ding. Ja, weil das ja nur Vorteile hat für, für Amazon, äh, für Amazon an sich, aber halt nicht wirklich einen Vorteil hat für, äh, den, den Streamer. Also das ist mich verarscht. Auch nur auf den Knopf und alles ist abgeschlossen, sondern es ist ja auch ein Vertrag, den du dann, also ich wusste, bei mir ist nur Kreditkarte. Ne, okay, geht auch nur mit normaler Bank. Okay, gut, 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 alles entspannt. Rastet nicht so aus, Chat. Aber ich glaube, es ist trotzdem nochmal ein Unterschied, ob du, äh, ne, einen Vertrag machst, äh, äh, ja, ich weiß nicht. Du, ey, ich habe selber Amazon Prime und ich löse gar nicht gefühlt meinen Twitch Prime Sub bei irgendjemandem ein, aber ich genieße den Luxus vom schnellen Versand, von Serien schauen und so. Ich finde Amazon Prime auch sehr gut, aber ich möchte keine Zuschauer ausschließen, die aus was für einem Grund auch immer sich kein Amazon Prime machen können, leisten können oder anderen Umständen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht muss ich das ganze Thema auch noch überdenken, aber aktuell fühle ich das nicht. Und ich glaube, ich glaube, ihr könnt es auch in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen. Also true, also mir geht es genauso, ich fühle es auch nicht. Zum einen zwingst du die Leute, ähm, einen Sub abzuschließen, was die Leute vielleicht gar nicht wollen, um den Content zu sehen. Ähm, und zum anderen, ich fühle halt generell Seriengucken nicht ganz so. Ja, weiß ich nicht. Man müsste es halt dann kommentieren können, aber es ist halt, ich finde es wahrscheinlich auch einfach zu lost. that was auch schon selber beeinflusst. Wir sehen uns in Geschenk.